Hallo, wir sind Luis und Tim und wir wollen jetzt euch ein Projekt vorstellen, das wir übers Wochenende erstellt haben. Es heißt Grüner Fuß und es ist ein klimafreundliches Videospiel. Ihr fragt euch bestimmt, wie kann ein Videospiel klimafreundlich sein? Na ja, hier seht ihr, die Spielfigur ist an einer Kreuzung und muss sich entscheiden, klimafreundlich oder nicht klimafreundlich. Und ja, jetzt überreiche ich das Mikrofon an Tim. Wie funktioniert es? Na ja, wir haben ein Arduino ausgewählt, die dann an zwei verschiedenen Ultraschallsensoren angekabelt ist. Sie sendet dann Informationen, zum Beispiel ob die linke oder die rechte Ultraschallsensor angeregt worden ist, dann zur Software. Wir haben Snap benutzt, weil es Arduino unterstützt und weil es leicht war, die Kenntnisse von Scratch auch auf Snap zu übertragen. So, so schaut unser Projekt aus. Oben links steht zum Beispiel, bitte warten Sie kurz. Danach, wenn man stirbt, steht dann der Grund, wieso man gestorben ist und unten links steht dann der Score. Damit ich jetzt etwas sehen kann, muss ich das Arduino wieder rüberschieben. So, ich starte das Spiel nochmal. Okay, ich glaube, ihr habt das Konzept verstanden. Es gibt Kreuzungen und Kurven und da muss man halt richtig rechts oder links abbiegen. Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit und besonderen Dank für den Mentor Jan am Anfang am Samstag, am Vormittag. Er hat uns acht Stunden durchgebracht. Ja, das war ziemlich schwierig, erstmal Snap funktionieren zu können und das gleiche Problem, was ihr da gesehen habt, Arduino wollte nicht connecten. Ja. Großer Applaus für euch. Kommt beide zu mir bitte, macht Platz für die nächste Gruppe. Wenn du schon mal hier bist, stelle ich dir eine Frage und zwar, wie seid ihr drauf gekommen, euch an diesem Wochenende mit einem Computerspiel zu beschäftigen? Es gibt ja viel, was ihr programmieren oder auch mit Hardware basteln könnt. Warum ein Spiel? Na ja, Computerspiele. Ich finde, es ist immer schön, sowas zu präsentieren und muss natürlich auch nicht sehr schwierig sein. Es ist halt perfekt als Prototyp. Man kann einfach, wir haben sogar Zeit für ein paar gute Grafiken gehabt, also ja. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, nicht nur ein Spiel als Software zu programmieren, sondern auch tatsächlich ein Stück Hardware? Also man kann ja auch einfach einen Controller nehmen oder Pfeiltasten drücken, aber ihr habt euch das mit den Füßen ausgedacht. Wie kam es? Also wir hatten sozusagen vorher einen Robotikkurs, da haben wir Arduino kennengelernt und dann ein bisschen mit den Sensoren uns beschäftigt. Und deshalb war es halt perfekt, wenn man auch ein bisschen Arduino Sachen ins Projekt reinnehmen könnte. Also ihr habt spielerisch umgesetzt, was ihr vorher schon ein bisschen wusstet und jetzt könnt ihr es noch besser als vorher. Dafür gibt es einen großen Applaus von mir. Danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.